Neue Sicherheitsbestimmungen für Ihr Handgepäck Bereiten Sie Ihre Reise richtig vor. Es gibt neue EU-Sicherheitsbestimmungen für Handgepäck. Sie dürfen nur noch Flüssigkeiten, Pasten und Sprays in Behältern bis maximal 100 ml Fassungsvermögen mit durch die Sicherheitskontrolle nehmen. Entscheidend hierbei ist die Größe des Behälters, nicht etwa die Menge des Inhalts. Behälter über 100 ml sind nicht erlaubt. Bitte packen Sie vor Reiseantritt die einzelnen Artikel in einen wiederverschließbaren Klarsichtbeutel. Entsprechende Beutel erhalten Sie überall im Handel. Die Beutel dürfen nicht mehr als einen Liter Fassungsvermögen haben. Pro Person ist nur ein Beutel gestattet. Guten Morgen, der Herr. Haben Sie Computer dabei? Ja. Bitte extra fördern. So, dankeschön. So, auch Flüssigkeiten. Bleiben wir anschauen, bitteschön. Danke. Bitte legen Sie Ihren verschlossenen Klarsichtbeutel zur Kontrolle aufs Band. Ich bedanke mich. So, ich wünsche Ihnen einen guten Flug. Danke. Auf Wiedersehen. Schönen guten Tag, die Dame. So, kürzer reinstelle. Falls während des Fluges Spezialnahrung oder Babykost benötigt wird, bitten wir Sie, diese ebenfalls vorzuzeigen. In Ordnung. Haben Sie noch andere Sachen dabei? Ja. Noch ein Gläschen dabei? Ja, das ist ja so kleine Nahrung. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Prima. Das war's schon. Ich wünsche Ihnen einen guten Flug. Auf Wiedersehen. Ich habe noch ein flüssiges Medikament. Brauchen Sie während des Fluges flüssige Medikamente? Auch diese müssen überprüft werden. So, auf Wiedersehen. Wünsche Ihnen guten Flug. Duty-Free-Einkäufe innerhalb der EU sind auch weiterhin kein Problem. Ihre Artikel werden vom Verkaufspersonal automatisch versiegelt. Bitte öffnen Sie die Versiegelung erst an Ihrem Ziel. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise. Oh nein. Motor labs ist es gekommen. Die Geräte flüssige Medikamente krediterien zu 조leden ver�� DBB вик